Moin aus Hamburg und herzlich willkommen zu einer Sonderausgabe auf unserem YouTube-Kanal. Ich habe heute einen Special-Gast an meiner Seite und zwar André Stacke. Wir wollen uns gerne heute in den nächsten paar Minuten uns ein wenig über die aktuelle Marktlage und Situation unterhalten und dann haben wir im Anschluss noch was besonderes für euch. Also erstmal herzlich willkommen und Moin aus Hamburg und hallo André. Hallo Carlos, Moin Moin. Ich komme mal gleich zur Sache. Wir haben FED-Entscheidung, wir haben die EZB-Entscheidung hinter uns. Wie schätzt du aktuell die Lage ein? Ja, extrem spannend. Wir haben ja 30 neue Höchststände im S&P gehabt. Auch die Nasdaq hat ja ein unglaublich gutes Jahr hinter sich, zumindest bis jetzt und die europäischen Aktienmärkte, die schwächeln. Und eine meiner wichtigsten Thesen schon lange ist, wenn die Notenbank die Zinsen senkt. Und das hat die EZB ja am 6.6. gemacht, seit 2019 der erste Zinsschritt nach unten. Dann wird es für die Aktienmärkte schwer und seitdem dieser Zeitpunkt war, also seitdem die Notenbank die EZB die Zinsen gesenkt hat, gleichzeitig übrigens ihre Inflationsprognose nach oben genommen hat, was ja auch nicht besonders intuitiv ist. Zinsen runter, Inflationsprognosen hoch. Aber hey, die EZB wird es schon wissen, seit diesem Zeitpunkt, dem 6.6. sind tatsächlich die Aktienkurse in Europa auch schwächer gegangen. Es tut sich ja gerade eine große Schere auf zwischen dem amerikanischen Aktienmarkt, hier insbesondere S&P und Nasdaq, die natürlich durch KI-Unternehmen getroffen sind. Russell ist nicht so stark, auch Dow Jones ist nicht so stark. Aber die Schere ist schon deutlich, Amerika hui. Und ja, man muss leider sagen, Europa, insbesondere Frankreich, gerade phui. Also ich denke schon, die Notenbankpolitik wird entscheidend sein für die nächsten Monate. Und diese Idee, wenn die Zinsen runterkommen, was der Markt ja schon lange erwartet und auch einpreist, dann können die Aktien nochmal deutlich steigen. Das glaube ich nicht. Das hat sich zumindest seit 1998 so historisch auch nicht bewahrheitet. Sondern wenn man sich das mal anschaut, immer wenn die Zinsen gefallen sind, durch die FED, dann sind die Aktienkurse in den USA auch gefolgt. Genau. Wir haben ein besonderes Jahr. Wir haben ja nicht nur dieses Damoklitzschwert mit den Zinssenkungsfantasien Anfang des Jahres gehabt, sondern wir haben auch dieses Jahr Wahljahr in Amerika, was auch spannend ist. Wir haben aktuell in Frankreich Neuwahlen, ja, was den Euro sicherlich auch unter Druck setzt. Wie schätzt du da diese Lage ein? Absolut wichtiges Thema. Also Wahlen sind ja immer für mehr Volatilität gut. Am 5. November wird die US-Wahl stattfinden. Sehr wahrscheinlich wird Donald Trump gewinnen, weil einfach die Inflation massiv die Verbraucher auch in den USA verunsichert. Und Joe Biden wirklich sich immer mehr Ausfälle erlaubt, was auch dramatisch ist, wenn man überlegt, dass der Mann ja auch den Koffer mit den Atomknöpfen hat. Also das ist definitiv für die Märkte eine Gefahr. Ich finde es auch interessant, dass es vier Monate vor der Wahl noch nicht wirklich thematisiert wird, auch nicht in den US-Medien. Da ist eigentlich viel zu wenig zu hören und der Wahlkampf ist zwar schon im vollen Gange, aber so richtig, ja, scheint es noch nicht die Märkte zu beeinflussen. Es wird sicherlich kommen, ich denke insbesondere dann ab August, September, wenn es in die heiße Phase geht. Wie schnell es dann gehen kann, das haben wir in Frankreich gesehen, du hast es angesprochen. Die Linken und die Rechten, die sind ja in den USA momentan ihre eigene Liga, haben sich gegen Macron verbündet und er wird bei diesen Stichwahlen dann wahrscheinlich gar nicht mehr antreten. Bedeutet also, er wird extrem politische Macht verlieren. Das heißt nicht, dass er sein Präsidentenamt hergeben wird. Das bedeutet nur, dass ja de faktisch Frankreich kaum noch politisch regierbar sein wird und das als größter Schuldner in der Eurozone. Wenn man sich so die Programme anguckt, Einkommenssteuer wird abgeschafft für Menschen unter 30 Jahre, Rente dann schon mit 60 und es soll immer mehr ausgegeben werden. Das würde bedeuten, mehr als 100 Milliarden jedes Jahr mehr Verschuldung für Frankreich und das eben bei einer sehr schlecht laufenden Wirtschaft. Das ist am Ende nicht finanzierbar, aber die Wähler lassen sich halt von solchen Versprechungen ein Stück weit irritieren und deswegen wird es in Frankreich am Monatswechsel ein politisches Beben geben. Das ist sicher und das wird auch Implikationen auf die Eurozone haben. Und was wir da schon sehr stark sehen, sind eben die Auswirkungen auf die sogenannten Spread-Märkte, also die Anleihen, wo eben ProAT, das sind die französischen Staatsanleihen, massiv eine Renditeausweitung hatten, übrigens viel stärker als im Corona-Crash. Und das beeinflusst die Banken, die natürlich auch insbesondere in Frankreich in den letzten Tagen sehr stark gefallen sind. Der französische Markt, der Kakao 40, auf Jahr gesehen im Minus sogar, denkt man nicht, aber in wenigen Wochen waren da alle Renditen weg. Und deswegen zeigt das eben, dass solche Themen auch den Markt sehr stark dominieren und Investoren, aber auch Trader auf sowas aufpassen sollten, denn es findet sogar ein Regimewechsel statt und der kann sich definitiv noch in dem Sommer verstärken. Du hast das Stichwort Trading schon mit reingegeben. Die einen werden sich sagen, sag mal Carlos, seit wann guckst du dir so tief die Zahlen an? Wir haben uns tatsächlich, seitdem es uns gibt, seit 15 Jahren, irgendwann gesagt, okay, welche Zahlen sind für uns relevant? Und wir haben dann uns entschlossen, an Tagen wie FED-Sitzungen, auch wenn Zinsentscheidungen sind oder wichtige amerikanische Konjunkturdahlen, also die klassischen Normen von Payrolls etc., treten wir gar nicht. Wir halten uns da raus. Auch kein News Trading, weil wir sagen, okay, das sind Events, die können überraschend sich entwickeln. Da bleiben wir lieber raus oder treten auf ein virtuellen Konto. Nun habe ich jemanden an einer Seite, der genau darauf den Leserblick eigentlich richtet und zu sagen, wie wird die Konjunktur in den nächsten Wochen und Monaten sein? Und das ist auch der Schlüssel, warum wir dieses Video machen, weil auch wir im Traders Club haben uns vor ein paar Jahren jetzt geöffnet sind. Und ja, wir freuen uns, einen wirklichen Experten an unserer Seite jetzt zu haben, der mit uns auch an diesem Donnerstag ein Webinar macht, wo wir diese Sichtweise durchleuchten. Und ich würde gerne nochmal eine Frage stellen, André, von deinem Stilrichtung, welche Themen sind deine wichtigsten Themen, wenn du jetzt mal drei Themen raussuchen würdest? Wo achtest du von der Skala her? Also es heißt ja so schön, wer kurzfristig alles richtig macht, der macht langfristig dann auch nichts falsch. Und ich finde es gut, eben einen klaren Plan und eine gerade Strategie zu haben. Das ist, glaube ich, sicherlich ein Hauptthema. Marktmeinungen sind gut und worauf achte ich insbesondere natürlich Zinsen, Inflation und Wachstum. Das sind die großen Treiber. Zinsen, Inflation und Wachstum, die bedingen sich natürlich auch stark miteinander. Aber natürlich, wenn man auch bedenkt, wie die Schuldenlast in den letzten Jahren ausgeweitet wurde. Die USA haben mittlerweile 35.000 Milliarden US-Dollar Schulden. Und da werden wir am Donnerstag im Live-Webinar ja auch nochmal drüber sprechen. Wir werden uns ein paar Charts aus Bloomberg anschauen. Und Zyklen schaue ich mir zum Beispiel auch sehr gerne an. Man denkt ja, Aktien sind auf dem Allzeithoch. Das heißt, alle müssen ja gewinnen. Stimmt nicht, weil Inflation ja deutlich mitgestiegen ist. Und wenn ich mir mal die Rendite bereinigt um Inflation anschaue, dann sind wir gerade sogar seit 2020 schon auf einem abfallenden Zyklus. Und da gibt es so 20 Jahreszyklen, die ganz klar sagen, dass jetzt eben Aktienrenditen nicht mehr so hoch sind oder Inflation eben steigt. Und solche Dinge schaue ich mir sehr gerne an. Solche Dinge werden wir im Live-Webinar besprechen. Aber die wichtigsten Kernpunkte, Inflation, Zinsen und Wachstum. Und darum herum kann man halt viel bauen. Und wenn du sagst, naja, mit den Nachrichten traden, bin ich voll bei dir. Das ist sehr erratisch, was da passieren kann. Die Liquidität geht ja aus dem Markt auch raus. Es gibt aber auch gute Trading-Strategien, wie zum Beispiel vor der Fat Long, dass sie 24 Stunden vor der Notenbank für Leute, die ein bisschen mehr Risiko aushalten können, auch eher positiv im Markt sind. Knapp 80 Prozent der Aktienrenditen werden in diesen 24 Stunden vor der Notenbank gemacht. So was werden wir am Donnerstag auch besprechen. Und gibt es Strategien, mit Sicherheit wahrscheinlich vor den Wahlen, dass man sagt, okay, in dem Jahr vor den Wahlen eher bullish oder bearish? Also da gibt es eine Investment-Strategie, dass man eigentlich sagt, dass insbesondere Zwischenwahljahre nicht so gut sind. Wahljahre selber sind mit 12,1 Prozent im Dow Jones nicht verkehrt. Eine Strategie, die ich aber habe, die jetzt auch mehr in das Trading reingeht, ist die sogenannte Wahlgeschenkstrategie. Die heißt, dass es 40 Tage vor der Wahl tatsächlich bei großen Wahlen ungefähr 2,5 bis 5 Prozent nach unten geht. Die gute Nachricht ist aber nach den Wahlen, und das kann dann eben auch die Idee für ein Jahresendrallye sein, da geht es dann so 5 bis 10 Prozent im Durchschnitt nach oben. Also vor der Wahl, man kennt das, mehr Unsicherheit, man möchte nicht investieren. Ich kenne das ja auch als Fondsmanager sehr gut, wann die Gelder rein- und rausfließen. Da ist eben mehr Volatilität und auch ein bisschen fallende Kurse. Nach der Wahl sagt man dann, ach, politische Börsen haben kurze Beine und da steigt der Markt. Und wenn man das sauber untersucht, und das habe ich gemacht für Amerika, aber auch für Deutschland, dann findet man dieses Muster, vor der Wahl geht es runter und danach tatsächlich hoch. Ein Thema, das spiegelt sich auch in meinem Privatdepot wieder, künstliche Intelligenz, also Nvidia und Co. Was hältst du von diesem Thema, von dieser Entwicklung in den letzten zwei Jahren? Natürlich mega spannend und Glückwunsch an alle, die dabei waren. Also wer das Thema Momentum kennt und das ist ja auch etwas, was Fondsmanager sehr mögen, der war eben bei diesen großen Aktien dabei. Nvidia natürlich als Flagship, muss man aber auch sagen, die Aktie hat sich 2022 halbiert. Danach hat sie natürlich eine unglaubliche Performance nochmal hingelegt. Und ich finde das Thema extrem spannend. Es beeinflusst unseren Alltag und es wird sich auch noch viel mehr ausweiten. Ich denke nur, dass die Bewertungen da ein Stück weit auch sehr hoch sind und wir da ein jedes Ende sehen. Also ich könnte mir nicht vorstellen, dass diese Beschleunigung auch bei Nvidia, die wir dieses Jahr gesehen haben, so noch zwei, drei Jahre weitergeht. Sondern ich denke, in den nächsten drei, vier Monaten wird da mal ein größerer Crash kommen. Und wenn wir da nicht neue Höchststände machen, also das Momentum aus dem Markt rausgeht, ich glaube, dann sollten Investoren da auch ein Stück weit vorsichtiger werden. Und das Thema Diversifikation ist für Donnerstag auch sehr stark auf der Agenda. Einfach durch Timing, durch Asset Allocation, wie zum Beispiel Anleihen, wo ja Warren Buffett momentan auch extrem investiert. 36 Prozent Cashquote hat er da. Einfach ein Stück weiter sich öffnen und eben mehrere Möglichkeiten zu nutzen und eben nicht nur bestimmte Themen zu spielen, die jetzt in der Vergangenheit da waren, sondern der Markt ändert sich. Und liebe Traders Club Community und YouTube-Abonnenten, ihr seht, auf der gegenüberliegenden Seite ist jemand, der Börse zu 100 Prozent lebt und ein unfassbares Wissen mit sich bringt. Das Ganze werden wir am Donnerstag intensivieren. Wir werden dort direkt reingeben und ich freue mich sehr darauf. Es ist eine Premiere für uns. Wir machen das erste gemeinsame Webinar. Ja, obwohl wir uns schon lange kennen, obwohl beide Akteure ja schon lange am Markt sind, haben wir jetzt erst 2024 den Weg gefunden, ein gemeinsames Webinar zu machen. Ich freue mich sehr darauf. Ja, es ist Donnerstag. Die Uhrzeit, hast du die noch im Kopf? 19 Uhr. 19 Uhr. Den Anmelde-Link, alles findet ihr unter dem YouTube-Video. Da könnt ihr euch registrieren. Ja, abschließend noch DAX heute sehr verhalten. Wir waren ja einmal jetzt unter der 18.000er-Marke. Was sagst du zum DAX? Kurzfristig, mittelfristig? Ich habe ja auch live... Ich schreibe auch. Warte, warte, warte. Ich schreibe auch. Ich habe einen Start bei 18.000 zugemacht und wir haben gerade Turnaround Tuesday. Das heißt, ich gehöre da eher von positiven Kursen aus. Wir haben heiße Hexen. Vor dem Verfall geht es auch eher nach oben. Also zwei Strategien, die ich auch sehr gerne nutze. Und wir haben ja morgen den US-Feiertag am Mittwoch. Da gehen die Kurse meistens auch nach oben. Das heißt, von den reinen Kapitalmarkt-Anomalien erwarte ich jetzt nicht, dass es in der Woche deutlich runtergeht. Sondern ich denke, wir sehen hier eine Stabilisierung über 18.000 in der Range, vielleicht bis 18.300. Aber die nächste Woche dann nach dem Verfall, da würde ich eher wieder draufsetzen, dass der DAX auch noch mal unter die 18.000 kriegt. Also, ich glaube, niemand in der Community hat diese Begrifflichkeit Turnaround Tuesday so aufgegriffen wie du, André. Ja, und wie konnte ich das vergessen? Es ist Dienstag, es ist Turnaround Tuesday. Also, meine Damen und Herren, ich hoffe, wir konnten Ihnen einen kleinen Einblick geben. Ich freue mich auf den Donnerstag. Das Ganze ist gratis. Ihr müsst euch einfach nur anmelden. Aber gratis heißt nicht, dass nicht viel Inhalt transportiert wird. Ich glaube, wer André kennt, wer mich kennt, der weiß, dass wir dort das gemeinsam rocken werden. Und ich freue mich sehr darauf. Vielen, vielen Dank für deine Zeit, André. Danke, Carlos. Ich freue mich auf Donnerstag, 19 Uhr, kostenfrei.